Sie möchten Aktenschränke öffnen, geheime Verträge veröffentlichen. Ein Berliner Bündnis fordert einen Volksentscheid für ein Transparenzgesetz. Fast 33.000 Unterschriften haben sie dafür gesammelt und beim Innensenator abgegeben. Wir wollen eine Online-Plattform schaffen, auf der alle wichtigen Informationen für die Berliner hochgeladen werden und von der Verwaltung selber zur Verfügung gestellt werden. Vor allem kostenlos, denn bisher kosten Anträge auf Informationen in Berlin eben bis zu 500 Euro Gebühren. Das Bündnis möchte umfassende Informationen über alle Pläne und Entscheidungen in den Berliner Verwaltungen. Sollte das Abgeordnetenhaus den Vorschlag für ein Transparenzgesetz nicht übernehmen, müssen 175.000 Unterschriften gesammelt werden, um einen Volksentscheid einzuleiten.